Hallo, die Nassnacht ist wieder da und Modegott Guido Maria Kretschmer ist auch wieder da und unsere Lieblings-Herovision-Song-Contest Göttin Conchita ist da und Gänsehautmusik von Fela ist da und Käthe ist auch noch da und singt so toll und auch, oh guck mal, ich bin auch da und nee Mensch, los geht's. Kinnas, das wird schön heute Abend. Es gab eine Zeit, da kannte ihn noch keiner weit und breit. Keine einzige Frau hier im Lande, ich sag euch Kinnas, was für eine Schande. Er war schon mal da und weil es damals so schön war, hab ich einfach gefragt und er hat so gesagt. Piep, 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 oh er hat uns lieb, Guido hat uns lieb, oh wir sind froh, dass es ihn gibt. Und ich schau im TV immer wieder, was er sagt über Jacken, Kleider, Hosen und Mieder. Begrüß mit mir Guido Maria Kretschmer Gedo Maria Kretschmer! Ich habe ja eine Klimaanlage eingebaut. Ach genau, du hast so gebläht zwischen den beiden. Ja genau, das möchtest du nicht. Das, ja... Das sind Tage, wo man denkt, gut... Ja, da könntest du es auch gebrauchen. So ist aber schön. Ah ja, es ist wirklich kühl hier unten. Ja, du kannst... Es ist ja schwierig, die Frauen, die müssen ja auch ständig... Wenn Frauen, muss ja ständig aufs Klo. Das ist ja das Ding. Ich ja nie. Ach du, kurze Haarenröhre doch nur. Echt nicht? Ja, was? Ich habe eine ganz lange Haarenröhre. Nein, die Schenties haben eine lange. Ach so! Die Frauen haben eine kurze. Was trinken wir denn? Wo wir gerade beim Thema Trinken und Pipi machen sind. Ach guck mal, da ist sie. Ach, du hast sie schon... Wir haben uns ja Ackerholspritz gewünscht. Obwohl neulich Thorsten Streeter da war und sagt, das führt sich ja an wie ein Insektenschutzmittel, Ackerholspritz. Weil sich auch immer diesen Namen ausgedacht hat. Das trinken meine Kandidatinnen immer. Ach ehrlich? Ja, ja, die trinken es gerne. Das ist so ein Frauendosenöffner, weil es so süß ist, ne? Prost! Prost, Lohen! Danke, Zähler, Hotser, du. Danke, Zähler, Hotser, du. Danke, Zähler, Hotser, du. Danke, Zähler, Hotser, du. Oh, ey! Gut so? Ja! Nein, eine Mischung! Wenn mich jetzt auch da darf! Hey! So! Ich bin ja so schnell besoffen, das wird was werden. Frau Müller, können wir ein paar Eiswürfel haben? Frau Müller hat so glanz in den Haaren, sehe ich gerade. Hattest du was gemacht mit der Farbe, das neue Farbe? Habe ich keinen Glanz? Ich dachte, doch, du auch, aber ich... Wir kriegen so schwer Glanz in meine Haare. Das ist bei Blond das Problem. Weil die sind so dick mit... Blond? Ja, ja, Blond. Ja, grau, ne? Und die muss man dann ganz glatt ziehen, wegen der Schamhaarkonsistenz. Die sind ja so hart. Die sind ja so... Die gehen ja so... Graue Haare machen, was die wollen. Die sind ganz hart. Ja, ja, stimmt. Und nicht zu bändigen. Ich hab Glück bis jetzt. Also ich hab nur so ganz... Zwei hatte ich jetzt. Aber wie toll, dass du überhaupt noch so viel hast jetzt mit 50. Ja, hab ich Glück. Ich finde faltenmäßig ist okay. Ja, super. Und haarmäßig geht's auch noch. Was ich jetzt hab, ich... Oh, super. Pigmentstörung, denke ich gerade. Kommt bei mir. So, ich denke, was ist das denn? Verkürzen so ein Schapfen, denke ich, oh Gott, ist es soweit. Wie Kalaga fällt später noch Handschuhe an. Ja, es kommt jetzt so... Hat der deswegen Handschuhe an? Nehme ich an. Also ich nehm's jetzt an. Ich hab's gesehen. Ich hab jetzt auch schon so vier Punkte. Dachte ich, ach, so fängt das an. Und irgendwann hab ich dann so Fingerdinge. Machst du sonst? Würdest du irgendwas machen? Ich würde was machen, wenn ich mehr Zeit hätte, denke ich manchmal. Weißt du, ich kenn auch so viele Opfer. Das ist das Problem. Ich kenn so viele Opfer. Ja, aber wir haben so schlimme Opfer gesehen. Ich hab so viel Elend gesehen bei Operationen und was Leute gemacht haben. Ja. Ich hab aber mit einer Frau verkürzt gesessen, die hat Suppe gegessen. Eine Kundin, sehr charmant, aber das war wirklich zu viel. Die hat so gegessen, die Suppe ist raus, die hat kein Gefühl mehr gehabt. Die hat gesagt, wenn der Mann sie berührt, die spürt das nicht mehr. Was? Nur Zungenkuss, hat die gesagt. Der Rest merkt die nicht. Also das ist schrecklich. Ja, das ist ganz schrecklich. Das ist komplett. Ich möchte das nicht, glaube ich. Ich möchte, solange ich lebe, spüren, wo was ist, wenn es geht. Wir haben uns ja vor zwei Jahren genau hier in dieser Bank gesehen, ne? Ja. Und dann war das der Fummel, genau. Das war mein Fummel damals, meine Lieblingsbluse, die ich natürlich immer noch im Schank habe und zu privaten Momenten immer noch gerne anziehe. Also es war ja vor zwei Jahren ja gerade so eine Zeit, da war es ein bisschen in Blumen mit Streifen kombinieren. Jetzt sind nur Blumen gerade noch gerade so in, würde ich sagen. Auch schon fast wieder out. Streifen läuft jeder mit rum oder nicht. Gibt es auch so bestimmte Kriterien, die man beachten muss. Die Qualität ist super. Fünfmal gewaschen schon. Was will auch bei Poliester passiert? Ja, das will was passieren. Aber ich muss ja, soll ich dir mal was sagen, Gido? Aber trennst du auch aus? Ich meine, mit dem Geruch muss die Bluse selber fettig werden. Aber man kann die einfach waschen, zieht die aus den Dings wieder raus, schmeißt die hin, die trocknet und dann zieht man sie wieder an. Ja, das nennt man Kofferware. Ja, Kofferware. Ich bin auf Tour. Was soll ich denn machen? Jetzt haben wir mal ein Bild. Darf ich mal die Fotos haben davon? Ach so. Und weißt du, was passiert ist? So sahen wir aus. Anzeigen. Wir sehen beide. Ich habe gerade gesagt, wir können das gar nicht. Wir sehen aus, als wären wir Elefanten. Schlimm. Und der Rütter ist nämlich auch gut in Futter. Aber der hat ja das schon abgenommen, weil er eine neue Freundin hatte. Scheiße. Jetzt würde ich dir gerne was vorlesen. Und zwar habe ich das hier von damals ein paar, wie soll man sagen, Kommentare von Facebook zu Inas Nacht und zu der Bluse geschrieben. Kirsten Schaberow schreibt schon, Mann Ina, die Frisur in Kombination mit der Bluse. Ich dachte gerade, da steht Lilo Wanders. Helmut Rahan. Meine Mutter hat auch so eine Bluse. Die Bluse ist aber schon älter. Meine Mutter ist übrigens 93. Und ich bin nicht gefällig. Deswegen kann ich ja die Namen auch sagen. Dann Susi 12. Ina sieht in der Bluse wie ein behindertes Zebra aus, das für Fleuropp anschaffen gehen muss. Könnt ihr die jetzt noch? Oh, Marianne Herbst. Oh, Zirkus Rumpalli scheint abgebrannt zu sein. Oh, Zirkus Rumpalli scheint abgebrannt zu sein. Hey, den habe ich glaube ich gar nicht mehr gewesen. Das finde ich aber gut. Oh Gott. Was diese Bluse angerichtet hat, Jungs, das hätten wir nicht gedacht, ne? Ne, ich auch nicht. Aber ist doch irre, was die Leute schreiben manchmal. Irre. Ohne Filter. Einfach rein. Die anderen kommen ja oft schlimme, ne? Aber das war jetzt nur speziell für die Bluse. Ich habe jetzt die aufgeschrieben wegen 50. Gibt es irgendwas in deinem Leben, wo du das Gefühl hast, das geht mit 50 jetzt nicht mehr? Ich habe das Gefühl, dass die Leute neben das anders waren. Mir schreiben jetzt Leute, ja, sie sind ja auch schon älter. Oh. Oder vor kurzem sagt einer, kommt eine Kandidatin und sagt, ach ich finde Guido so süß, das ist so ein süßer älterer Herr. Und ich dachte, ich fliege raus, ne? Ich dachte erst einmal, ich ziehe dir ein paar Punkte. Aber für älterer Herr stehst du doch dann wirklich gar nicht. Hatte ich gesagt. Ich finde ihn so süß, der ist so knudelig, so ein schöner älterer Herr. Ich dachte, blöde Kuh, hab ich mir gedacht. Da dachte ich auch zwei Punkte Abzug. Aber ich, ne, sonst würde ich sagen, ich glaube es geht noch ganz gut. Ich habe ja auch Frank, der ist ja ein gutes Beispiel, der ist ja 60 geworden. Was ich ja noch viel bizarrer finde. Unverschämt. Unverschämt. Unschlank. Es ekelt uns an. Richtig. Muss man richtig sagen. Willst du dich mal kurz hier mit hinsetzen? Frank. Wir brauchen mal ein Mikro bitte für Frank. Ist es manchmal schwer mit Guido zusammen zu sein, weil der immer weg ist? Ne, eigentlich nicht. Oder ist das eher schön, weil der immer weg ist? Ne, das ist nicht so schön. Aber ich habe mich daran gewöhnt natürlich. Und ich komme auch gut alleine, klar. Aber ich vermisse ihn immer. Du kommst auch manchmal nach Hause und denkst, das hat er wieder nicht hier sauber gemacht. Wieso stehen hier die Kaffee-Tassen wieder überall rum? Ne, das macht eigentlich nicht. Habt ihr nicht mehr das Gefühl? Das ist auch nicht mehr das Gefühl. Da wollte ich das alles so blatt, wie es ist. Und dann hat Frank mal gesagt, Guido, wenn du weg bist, wird hier trotzdem gelebt. Ich wollte, dass die Blumen dann so stehen. Weil ich immer gerne alles so wieder sehe, wie ich es mal verloren habe. Ja, das ist auch gut, dass du überhaupt jemanden hast. Weil je älter man wird, umso verschrobener wird man ja auch, was sowas angeht. Wo habt ihr euch eigentlich kennengelernt dann vor 30 Jahren? So wie hier, in so einer mini kleinen Kneipe. Frank hat da gekellnert, kam gerade zurück. Ja, während meiner Studienzeit habe ich gekellnert. Und wo? In Münster. Ach, in so einer Öko-Kneipe. In so einer Öko-Kneipe. Warst du Öko? Nee, ich war keine Öko. Ich war ganz weit weg von Öko. Und meine Nymphomane-Freundin Sibylle, die wirklich Nymphoman ein bisschen war, die wollte unbedingt pinkeln. Ich sagte, komm, lass uns weiter. Und sie sagt, nein, ich muss pinkeln. Die da rein, sieht die Frank, sagt, Guido, ich hab einen. Dann sind wir zusammen reingegangen, da stand Frank. Da sage ich, nee, das ist meiner. Er sagt, du spinnst, das ist meiner. Und dann ging es dann gleich los. Und dann habe ich dann Glück und so. Ein bisschen Glück gehabt. Ja, ja. Du warst ja wahrscheinlich schon homosexuell, oder? Ja, ja. Als du Lido gesehen hast. Ich war schon vorher. Dass ich mit Franki auf dem Sofa sitze, das finde ich auch gut. Ist ganz schön. Ja, ist ganz schön, wie zu Hause. Ja, weil er auch so nett ist. Meistens haben so nette Typen wie du ja so Arschlöcher als Männer. Und bei euch ist das nicht so. Soll ich mal das wieder wegtun und du darfst wieder zu deiner Sippe? Du hast das eben schon gesehen. 50. Stimmt. Hast du Geschenke gekriegt, wo du gesagt hast? Ja, scheiß Gutscheine, wie immer. Oh, jetzt habe ich es gesagt. Immer Gutscheine. Ich habe eine Gutscheinsperre. Wie kriegst du denn Gutschein? Ich kriege so einen Scheiß, was ich gar nicht will. Irgendwie, dass Leute bei mir irgendwas machen, mit mir irgendwas machen. Ich möchte das gar nicht. Ich möchte eigentlich, hallo Guido, herzlichen Glückwunsch, da bin ich durch. Du hast ja auch alles. Ich habe so viele Gutscheine liegen. Ja, und wenn... Was würde man dir denn für einen Gutschein, überlege ich Massagen? Ach nee, will ich auch nicht. Ich mache es selber, wenn ich will. Buchenendtrips. Ach nee, ich finde so was Nedliches. Also gar nichts Großes. Ich weiß nicht, nichts was Platz braucht. Ein Buch finde ich immer ganz schön. Das kann man lesen und dann gibt man es weiter. CD im Buch finde ich auch immer gut. CD Musik liebe ich. Ich mache ja immer Champagner und Blumen. Das finde ich immer irgendwie schön. Blumen finde ich auch, wenn sie weiß sind. Blumen sind immer toll. Hast du Angst vorm Altern? Nee, aber ich habe Angst vor so Scheiß, vor so unwichtigem. So Grunderkrankungen oder was? Ja, so wenn andere was haben, denke ich hoffentlich kriege ich es nicht auch. Also ich bin, wie meine Mutter ist das Problem. Meine Mutter ist ja so panisch. Vor? Allen. Also zumindest wenn ich den krank hat, denkt sie sofort Worst Case. Ich rufe mich an. Meine Mutter hatte ja immer... Mein Vater hatte wirklich mal Leukämie und dann musste der ständig so Psychopharm, also Zytostatika nehmen. Und meine Mutter hat dann einen Morgen rufte mich an und so Guido, Guido und ich Mama, was ist los? Oh Gott, ich habe eine Chemotherapie. Was? Da hat meine Mutter aus Versehen morgen statt ihrer Vitaminterwerte die dicke Zytostatika mit meines Vaters genommen und die kostete glaube ich 84 oder 184 Euro. Mein Vater hat nur gesagt, jetzt ist da ein Weihnachtsgeschenk weg. Und meine Mutter hat gesagt, ihr fallen die Haare aus. Dann habe ich gesagt, Mama, jetzt steh zusammen. Das ist doch nur eine Tablette. Und da hat sie den Arzt angerufen, geschrien, verlachen. Das ist ein Running Gag bei uns geblieben. Aber es ist auch lustig. Meine Mutter jetzt sagt die jetzt immer, ich hatte auch Chemo, sagt die. Ja, weil die nimmt ja nichts und die hat dann morgens so eine Tablette und gesagt, Guido, ich konnte es ja auch nichts tun. Ja, ja, das war sehr amüsant im Nachhinein. So, nächstes Thema. Kommen wir zu etwas Heiterem. Ha, 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 ha. Fashion Week, ne? Ich muss ja immer sagen, du machst das jetzt seit 10 Jahren. Ist es nicht irgendwie jetzt sehr viel Stress? Bringt das finanziell was und ist es nicht einfach auch nur nervig? Das ist manchmal auch nervig, muss ich sagen, weil mittlerweile ist da so Alarm. Ja. Das ist natürlich mein Beruf und ich mache das sehr, sehr gerne. Zweimal im Jahr. Ja, ja. Das ist Vögel ohne Orgasmo, sag ich immer. Das ist ständig, fängst du an, denkst du schon wieder so weit. Genau. Aber das Schöne ist, das ist natürlich auch mein Rhythmus, in dem ich schon so lange lebe. Für mich ist natürlich immer, wenn die anderen Sommer haben, habe ich Winter. Ja. Und dann geht es los und... Ist das nicht unheimlich teuer? Das ist sehr teuer. Wenn du jetzt nur das machen würdest und du hättest nur Guido Couture, ne? Und nicht die Sendung und nicht alles, was du noch machst, sondern nur das, dann würdest du doch all dein Verdientes immer für die Fashion Week ausgeben, oder nicht? Nee, das ist schon sehr, sehr teuer. Aber nee, dann würde ich das ja nicht machen, wenn sie das nicht rechnen würde. Das ist, aber das ist so... Rechnet sie schon ein bisschen wenigstens. Ja, schon, aber das ist Mode zu machen, ist wirklich teuer. Ja. Berlin ist auch so ein wichtiger Modestandort und ich bin ja jetzt da, da muss ich da auch mitmachen. Also es gibt schon mal Momente, wo ich denke, ach, ich würde es auch gerne mal selber sehen. Das Problem ist, ich zahle ja immer nur und ich sehe es immer nur von hinten. Ach ja. Ganz viele Leute schreiben mir immer, ach, ich würde sie gerne mal ihre Show sehen. Denke ich auch, ne? Ich immer hinten bin jetzt auf einem kleinen Monitor, alle Models hauen mich um und dann zum Schluss Guido, komm raus. Und ähm... Und wollen Models eigentlich heutzutage bewerben die sich bei dir und sagen, ich mache es auch umsonst, Hauptsache du lässt mich laufen? Oder muss man die immer schon noch richtig engagieren und bezahlen? Ich zahle die alle, weil ich nicht will, dass die auf einmal dann so denken, jetzt geht's so. Ich nehme mal einen Männermodel, gerade ein neues, weil der so toll aussieht. Der ist so als Truppenbetreuung, nehme ich den. Dann sage ich mal, kannst du dich noch mal kurz umziehen? Der zieht sich auch mal gleich um vor allen, dann ist das ganze Büro glücklich. Homosexuell oder hetero für die Frauen? Nee, der ist hetero, der könnte ein ganz toller Junge, ganz hübscher Kerl, ganz hübsch, auch Musiker und so. Achso. Und wenn der sich aussieht, Jan Ole, also ich kann es mir empfehlen, also der ist toll, das ganze Büro ist gut drauf, alle Mädels sind begeistert, selbst die Schwierigen haben eine gute Zeit dann. Also, ähm, und den würde ich sagen, der ist wirklich sein Geld immer wert und so. Wie so ein Zugwolle hört sich das gerade an, inzwischen diese Horde Kühe geschenkt wird, ganz süß. Na, der sieht dich süß. Ähm, Shopping Queen, stimmt es, dass du in einem Asia-Imbiss warst, als du dich nicht entscheiden konntest, also eigentlich ursprünglich solltest du ja, glaube ich, mitmachen bei Heidi Klum, hast gesagt, nein nicht, dann haben sie gesagt, okay, würdest du denn vielleicht wenigstens für uns, wir haben so eine Idee für ein neues Format, Shopping Queen oder so soll das heißen. Genau. Und dann warst du beim Asia-Imbiss? Imbiss, genau. Ja, ja. Und wusstest nicht, und wusstest nicht, und dann? Ich hatte überlegt den ganzen Tag, dachte ich, Mensch, mach ich das so, Fernsehen soll ich das wirklich machen? Und, ähm, dann war ich so bei meiner Mutter und die meinte, mach das auf jeden Fall, ich hab mir das Konzept erzählt, da sagt die, klar machst du das, du hast dein ganzes Leben nichts anderes gemacht, wie vor der Kabine gestanden. Da dachte ich, ja, ist was dran. Und, äh, dann war ich jetzt am Asia-Imbiss und da war so eine ganz durchgedrehte ältere Hippie-Frau, die gerade nur kurz da war, die hatte ihren Mann verlassen in den 70er-Jahren und, äh, wirklich so barfuß stand die neben mir. Ganz schräges Modell. Wir haben es aber auch immer Menschen kennen. Ja, ja, und die standen neben mir und das war dann so eine, die Name war meine Hand, so vom Asia-Imbiss, und sagte, komm, wir setzen uns. Und dann setze ich mich hin, dann sagt sie auf einmal, als muss ich noch sagen, das Angebot, was da kommt, das musst du machen, das macht dich glücklich. Und dann dachte ich, okay, ich mach's. Und dann hast du es gemacht? Nee, dann hast du es gemacht. Das ist für ein Riesenerfolg. Ja, aber das ist noch, weil es mir auch Freude macht, glaube ich, das ist der Grund, warum das auch gut funktioniert. Weil ich nicht gescriptet bin, ich kann da sagen, was ich will, Gott sei Dank. Aber gab's denn auch schon mal Dinge, wo du gedacht hast, oh, wenn jetzt noch eine einkaufen geht, dann muss ich mich übergeben? Nee, noch nie. Tagesabhängig wahrscheinlich, oder? Nee, vor kurzem hatte ich eine, wo ich dachte, jetzt flippe ich gleich aus, ne? Ich war so übertinent, dachte ich, wenn die nicht aufhört, so, die hat auch so eine hohe Stimme gehabt. Also das war ein bisschen schwierig und weil die auch nichts richtig fand, so. Die stand da immer und guckt und dachte, das habe ich schon hundertmal gesehen. Aber in der Regel gehe ich da morgens hin mit Freude und weil ich so scharf auf die Leute bin, weil ich mich selber so gut amüsier. Immer noch? Ja, immer noch. Und fangen die Kamera-Jungs nicht ständig Verhältnisse an mit den Mädchen? Manchmal, manchmal, so verloren gesehen. Ich denke immer, die sind doch zerballert, wie die da jetzt gerade in die Kamera, die gucken doch dann gar nicht so in die Kamera, die machen da, soll ich anziehen? Meinst du? Na gut, nur für dich. Toc, 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 toc. Die Fans, mach das dick. Und so, wo ich immer denke, Mann. Nee, am ersten Tag sind die noch mal ein bisschen verspannt. Und dann wären die so, manche von den dann so Fernsehprofis. Die schreiben dann erst doch schon, wo ist meine Maske? Und so. Ach, echt? Ja, ja, mein Spaß. Und wir haben so einen Kameramann, den finden die ganz toll. Der schnullt die auch immer so an. Siehst du? Und der greift dann manchmal was ab wahrscheinlich. Die sagen mir das natürlich nicht, weil die mal denken, sag das nicht Guido, weil der dann so ... Nein, weil du den rausschmeißt natürlich. Nein, ich schmeiß doch niemanden raus. Wenn die ständig mit den Kundinnen da rummachen. Ich sage immer, ihr müsst die Mädels gut behandeln. Das ist allerwichtigste. Kann man ja nicht, wenn man jede dritte Sendung eine abgreift. Aber es gibt manchmal welche, die sind in Not. Und heiraten, ja, oder? Wenn ist ja gut, wenn man sich da einig ist, dann ist ja auch ganz gut. Und die haben ja auch die neuen Klamotten dann und so, die wollen was erleben. Aber in der Regel haben die ja meistens einen Freund oder einen netten Partner oder so. Frau Müller, wir hätten auch gerne nochmal Eis. Sag mal, stimmt es, dass du Flugtickets, deine ganzen Flugtickets sammelt? Ja, das stimmt. Immer noch? Ich habe immer Schiss gehabt vor dem Fliegen schon. Ich wollte immer fliegen, weil ich das schön fand. Aber ich traue dem nicht so ganz, wie viele Menschen natürlich. Und ich kann auch im Flugzeug nicht gut essen. Das ist der einzige Ort, wenn ich dauerfliegen will, wäre ich so. Wer denn bekannst du denn? Ich denke, schnuck nicht runter, denke ich, einer muss raus. Irgendwie, ja, manchmal. Und dann habe ich irgendwann, hat meine Oma mal gesagt, geh doch, wenn du da fliegst, dann hältst du einfach dieses kleine Papierstückchen fest. Und das bringt dir Glück. Und das habe ich mir irgendwie angewöhnt. Ach so, das Ticket. Ich halte das die ganze Zeit fest, habe das zwischen den Fingern. Und wenn ich das mal verliere, ist sowas los. Also ich war einmal auf dem Klo verloren. Da dachte ich, nein, mein Ticket ist, Abschnitt ist weg. Aber du sagst ja auch, du nimmst noch ganz viele Sachen. Noch ein bisschen dein Bett nimmst du mit rein. Dein Plimmo, dein... Kopfkissen. Immer, weil ich wieder Kopfkissen. Ich mag keine Polesterwurst. Also ich habe immer eine Glühbirne dabei. Ich habe jetzt eine Quelle, ich habe immer 60 normale Glühbirnen, die knallen ein bisschen früh durch, immer schon nach einem halben Jahr wieder, aber egal, es ist so normales, geiles Helles. Später hat man Drogen importiert irgendwo, jetzt nimmt man Glühbirnen, habe ich auch gesagt. Ich nehme alles, weil ich finde Sparbien, die können mit denen machen, was zu wollen. Ich war jetzt gerade in Russland, in Sankt Petersburg, ich war im Bernsteinzimmer und da komme ich rein und denke, das glaube ich nicht, voller Sparbien, das ganze Ding, 24 Jahre gemacht und dann mit Sparbien ausgeleuchtet. Aber was ist mit dem Licht? Warum finden wir das so schlimm? Weil wir das nicht gewohnt sind, weil wir wollen, dass da ein Draht drin ist. Kann man nicht was machen mit Draht und trotzdem? Es macht doch ein anderes Licht. Es macht doch ein anderes Licht. Es macht alt und es sieht immer heller aus. Es ist ganz schön. Ja, es ist nicht schön. Es macht so kalt. Du liegst im Motel und denkst auf einmal, was ist denn jetzt los? Ja, ja, genau. Da muss man da ein anderes Ding reinbringen. Ich bin dagegen. Du hast ja so viele Gedichte früher immer auswendig gelernt. Kannst du noch eins? Ja. Fragen das alle immer überall? Oder ist das ein bisschen originell, das zu fragen? Ja, nee, schon viele fragen mal so, komm, mach mal ein Gedicht. Ich habe es meiner Oma gelernt, meine Oma, meine Ost-Oma, mein Aufflüchtling. Aufflüchtling? Es ist lustig, wenn du das immer sagst. Ja, es ist aber so. Als wärst du jahrelang durchgegeben, das ist fürchtig. Ich habe immer als Kind gedacht, ich bin mitgefreist. Weil meine Oma hat mir alles erzählt, deswegen war ich so nah an dieser verlorenen Heimat oder so. Woher kam die? Was war das denn? Die Schlesien. Achso. Da hat die Oma gesagt, geht, da Jörgchen. Nee, da kommt nicht auf den Boden. Habt ihr denn schon was? Ja, so war's, genau. Ja, ja. Und, ja, ich, also ich könnte, lang oder kurz? Mittellang kann ich auch. Ja, mittellang wäre ganz schön. Was ich sehr mag, ist die Vergeltung von Nette von der Droste-Hülshoff. Hey, deine Lieblingsschleifung. Das mag ich, ja, die lieb ich sehr. Der Kapitän steht an der Spiere, das Fernrohr in gebräunter Hand, dem schwarz gelockten Passagierer hat er den Rücken zugewandt, nach einem Wolkenstreifen sind, in die beiden wie zwei Pfeiler stehen. Der Fremde spricht, was braut da drinnen. Der Teufel brummt, der Kapitän, der hebt von Morschens Balk ins Trümmern, ein Kranker seiner feuchte Stirn, des Ethers blau, der See geflimmt, nach alles quält sein Fieber enthin. Er lässt die Blicke schwer und düster, entlängst im harten Fühle gehen. Die eingegrabenen Worte liest er. Batavia 510, die Sonne steigt zum Mittagstund, das Schiff ächzt auf der Welle Höhen. Gezischt, blüht aus Wüstengründe, die Bohlen weichen mitgestöhnen. Jesus, Marie, wir sind verloren vom Mast geschleudert der Matros. Ein dumpfer Krach in aller Ohren und langsam löst der Bau sich los. Und da geht es immer weiter, das ist jetzt viel zu lang. Oh, das Ende. Ja, das Ende ist jetzt viel länger noch. Kann man denn das üben? Nein, weil ich das mag, habe ich das gelernt. Und das ist, ja, ist jetzt Balladen. Ich hätte keine Ballade bringen sollen. Doch, es ist gut. Weißt du, was wir jetzt machen, wir zwei? Wir machen gleich Bierdeckelchen. Und ich freue mich so, weil ich habe, oh. Ach, du drehst dich. Weißt du, was wir jetzt machen? Ach, wir machen das synchron. Ach, wir machen das synchron, genau. Kommst du über meinen Kopf? Ja, ich will, ich mache drüber. Ich gehe tief, ich mache runter. Ich gehe tief, du gehst runter. Ich drehe dich, halte dich von hinten. Also über den Kopf, dann haue ich dir den Kopf runter. Und nochmal. Jetzt 1, 2, 3. So. Ich hätte sie, glaube ich, den Kopf runtergestrahlt. Das ging aber vor 10 Jahren irgendwie auch noch so, das schwuppte das hier so rüber. Und jetzt müssen die ganzen Ringe mit. Ach, Leute, herrlich. Ich finde, wir machen jetzt gar keinen großen Wöbel und sagen einfach, wir freuen uns so, weil sie da ist. Begrüßt bei mir Fela. Anfang und Ende reichen alle. Nimm dir die Hände, ich reiße die Wände von jetzt an nicht mehr ein. Blumen und Scherben immerzu schneiden wir Kerben mitsamt in Schuhen. Verkleiden ist leichter, als uns weh zu tun. Ich rauche den Atem, den ich noch habe und der uns fehlt. In Zeiten der Walten stehe, in den Hof hinaus. Lässt schön am Kopf aus. Helf alles, man kann sich drehen, bis alles wieder auf Anfang steht. Wenn dir doch nicht windlich genug ist, kannst du dich drehen, bis alles wieder auf Anfang steht. Die Nächte sind still geworden und brauchen neuen Applaus. Ich trage die Gefechte von nun an nicht mehr aus. Augen sind Bücher, in die man seine eigene Geschichte schreibt. Und der andere liest, was übrig bleibt. Ich rauche den Atem, den ich noch habe und der uns fehlt. In Zeiten der weiten Stille, in den Hof hinaus. Das Schöne am Kopf aus der Fahne ist, man kann sich drehen, bis alles wieder auf Anfang steht. Wenn dir doch nicht windlich genug ist, kannst du dich drehen, bis alles wieder auf Anfang steht. Das Schöne am Kopf aus der Fahne ist, man kann sich drehen, bis alles wieder auf Anfang steht. Das Schöne am Kopf aus der Fahne ist, man kann sich drehen, bis alles wieder auf Anfang steht. Man kann sich drehen, bis alles wieder auf Anfang steht. Wenn dir doch nicht windlich genug ist, kannst du dich drehen, bis alles wieder auf Anfang steht. Ich weiß nicht, wo diese Stelle in dem Song ist, die reißt mich so, dann könnte ich hier sitzen und so heulen. Und so ging es mir auch in mein Badezimmer. Es gibt so eine Stelle in diesem Song, es öffnet dann so alles. Sehr schön. Meine Fresse. Ich habe noch schöner mit dir. Ganz, ganz toll. Dein Applaus, Spieler! Sehr gut, sehr süß. Oh Gott. Komm, wir machen Bierdeckelchen. Was war dein schlimmster Urlaub? Oh, Zelten auf Ameland. Oh, das war schlimm. Ja, ich bin überhaupt kein Zelttyp. Und bescheuert über Winter mit so einem Ehepaar. Ich dachte, das schaffe ich nicht. Das war ganz schlimm. Über Winter? Ja, es war im Winter. Über Silvester, Zelten in Ameland. Das musst du erst mal bringen. Und ich bin überhaupt nicht gemacht. Und wir hatten dann alles dabei. Das war ganz schlimm. Das war ganz, ganz schlimm. Und die Frau hatte die... Okay, war das mit Frank? Nee, nee, nee. Das war vor seiner Zeit. Oh Gott, das war aber lange her. Das weißt du immer noch. Das war so lebendig kalt. Das glaubt man nicht. Ich wollte da unbedingt weg. Und es war kein Handy-Zeit. Und es war ganz, ganz schlimm. Ich hatte schon mal ein paar Beschissene. Also schon mal hin und wieder. Aber in der Regel eigentlich ganz gut. Aber der war wirklich... Oh Gott. Bist du geizig? Nee. Ganz im Gegenteil. Was? Doppelbett. Was? Doppelbett? Im Bett mit Zeugen. Mit Schlafanzüge. Links, rechts. Also trage ich Schlafanzüge links, rechts. Das lassen wir jetzt einfach mal weg. Was? Ja, so ganz alte Retro. Er oben und du das untere Teil wahrscheinlich. Ich mit wehender Bananen und er macht's so mit. Na genau. Okay. Wehende Bananen ist auch sehr schön. Sind Heteros? Sind Heteros die schlechteren Designer? Nein, das glaub ich nicht. Nee, das glaub ich nicht. Ich mein, es gibt ja nicht so wahnsinnig. Es gibt wirklich nicht viele, ne? Äh, hier. Dings ist doch... Wer? Wer ist? Kavalli. Ach, der ist? Der sieht zwar nicht so aus, aber der ist Heteros. Der hat zwei Frauen glaub ich. Jean-Paul Guthier nicht, ne? Nee, nee. Auch jeder schritten Walzer. Nee, aber es gibt schon ein paar, glaub ich. Ich kenn nur Kavalli. Die hab ich mal getroffen auf einer Veranstaltung, das glaubst du nicht. Und? Das ist so... Wie spricht man denn mit denen immer Englisch? Nee, die sprechen ja schlecht... Italiener. Die sprechen ja wenn überhaupt nur schlecht Italienisch oder schlecht Englisch mit italienischem Akzent. Und der war da mit seinem Sohn und der hat so einen Preis überreichen können. Ich hab den nicht verstanden. Der hatte so viel Silikon und Botox alles drin. Er nicht? Das hab ich noch nie gesehen. Wir machen das nie. Komm, wir geben uns das Händchen auf. Auf jeden Fall. Wir machen das nie. Nee, wir machen das nicht. Bis dahin müssen wir es geschafft haben. Wenn alles zusammengefallen ist im Gesicht, müssen wir es geschafft haben. Genau. Ja, ja. Die Alternative ist einfach zu Hause bleiben. Wir müssen es drüber. Küssen auch. Wir machen es nicht. Ja, wir machen es nicht. Ja, genau. Wir lassen nur absaugen. Sonst nicht. Nichts im Gesicht. Genau bei diesen Themen bleiben wir. Wir holen jetzt gemeinsam unseren nächsten Gast an. Wollen wir uns hier mal runterstecken? Ja, sehr gerne. Wollen wir einen Schluck nehmen? Genau. Ich auch. Was hieß denn? So, so, so. Ich wäre gespannt, wenn unser nächster Gast kommt und meine Bluse anzieht. Auf dem steht die bestimmt. Die passt da zweimal rein bestimmt. Was? Die ist doch ganz schmal, oder? Die ist doch ganz schmal Conchita. Habt ihr schon gesehen? Die ist so dünn. Die ist so dünn. Die ist so dünn. Wenn du so stehst und so machen kannst, dann musst du dünn sein. Wir brauchen die beiden Mikros, danke. Und das auch. Wollen wir mal anfangen mit der Musik? Conchita, Conchita, Conchita. Dein Schick und dein Charme, der gefällt. Conchita, Conchita, Conchita. Du bist halt die schönste der Welt. Wunderbares Mädchen, trägst im Gesicht ein Bärtchen. Komm, lass uns nicht mehr warten. Oh, no, 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 no. Oh, no, 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 no. Begrüßt mit mir Conchita! Ja, so kann es gehen. Und dann noch halbtransparent, das musst du machen. Hallo. Guck mal, jetzt werden wir breiter so los. Wir dürfen das wieder wegnehmen. Ist das durchsichtig? Ja, aber ich habe die Haare vor. Ich denke, deswegen gilt es. Sieht so toll. Du kannst auf jeden Fall. Dankeschön. Guck mal. Du musst jetzt mal eben den Check machen. Ach so, den Check. Das ist auch noch viel höher. Ja, sehr schön. Wir sind ungefähr gleich hoch sogar. Ich höre Schwestern so ein bisschen. Oh, wie toll. Guck mal, da ist dann halt Frau. Eigentlich haben wir, ich denke, wir sehen aus wie eine Girlband. Ich habe ein gutes Girl, mit der Mutter dann dabei. Aber sieht ein bisschen aus. Von der Größe ist es fast ähnlich. Naja, aber früher hätte ich es auch so reingesteckt. Und jetzt muss halt immer da so Shop. Also hinten geht noch einmal vorne. Aber das sieht schadelhaft aus. Ja, ganz toll. So. Guck mal, ich würde sagen, Guido, du gehst da wieder rein. Ich würde dann mit dir gehen. Und du, Conchita, sag mal, ich muss sie mal was fangen. Oh, was soll ich denn? Soll ich jetzt noch reingehen? Und du kommst mit hier rüber. Sag mal, die Wurst ist weg oder was? Sagt man die noch? Die sagt man schon auch noch. Ach, das wusste ich nicht. Ich habe mich gerade gedacht, nicht, dass du beleidigt bist. Nein, 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 ich finde das auch besser. Ich reduziere mich jetzt aufs Wesentliche, habe ich mir gedacht. Und ich hatte Conchita irgendwie ein bisschen lustiger kreiert. Und bin dann draufgekommen, dass ich nicht so lustig bin, wie ich dachte. Und deswegen, ich dachte eben damals daran, dass, wir sind ja alle irgendwie lustig. Im besten Fall. Und alle aber auch seriös zugleich. Und das wollte ich damit auch ein bisschen aussagen, weil wir im deutschen Sprachraum nehmen den Terminus Wurst ja auch für, es ist mir egal. Es ist mir egal, das stimmt. Dann hast du jetzt mal überlegt, weil der neue Trend ist ja Bart ab und nur noch einen Schnäuzer machen. Könntest du das vorstellen? Nein. Hast du mit dem Pornobalken mit irgendwo? Habe ich versucht? Habe ich auch. In einem Zwischenstadion. Ja und, wie sah das aus? Nicht so toll. Ja? Nein, nicht so schön. Das kann ich mir vorstellen. Ja. Aber ich bin für sowas immer sehr, sehr offen. Aber für mich ist Conchita die Frau mit Vollbart. Ja, ich habe es versucht, es ist nicht so präglich. Okay. Könntest du dir vorstellen, Werbung zu machen für Rasierer oder so? Das wurde mir angeboten. Ach echt? Ja. Ich bin ja so wahnsinnig originell. Ja, das wurde mir angeboten. Und was hast du gesagt? Nein, danke. Weil du erstmal gar keine Werbung machen möchtest? Ne, weil Conchita die Frau mit Bart ist. Okay. Und deswegen wollte ich, ich habe viele Figuren in meinem Kopf und die auch irgendwie schon ausgelebt, die keinen Bart haben. Aber Conchita ist eben die Frau mit Bart und das bleibt auch so. Ist es bei dir so, das ist doch size zero? Wurdest du auch sagen, ne? Ja, das ist zero. Wurdest du auch sagen? Das ist so, wie man sich Victoria Beckham vorstellt. Wenn die jetzt reinkämen, wäre das so... Die hat weniger... Die lacht aber nicht so schön. Die lacht nicht so schön. Aber musst du aufpassen beim Essen und so? Nein. Erzähl uns doch mal, du isst auch ganz gerne Burger. Da kannst du auch eine schöne Pelle tragen. Die isst auch gerne Burger. Machst du Sport? Nein. Okay. Das Problem ist, ich weiß, irgendwie ab dem Zeitpunkt werde ich immer unsympathisch. Könnt ihr gehen meine Conchita abholen? Eine kleine Conchita möchte aus dem Schwierigkeiten abholen werden. Tatsächlich ist es natürlich unsympathisch. Ich kriege so schnell Muskeln, dass das dann im Kleid nicht so toll aussieht. Ach so. Aber du sagst ja auch, dass zum Beispiel, also eigentlich bist du im Normalen, ein Homosexueller, aber man da eigentlich eine Dragqueen macht. Aber die Dragqueens, die sehr bösen, sagen natürlich, naja, so richtig ist es ja nicht, hat ja jetzt irgendwie ein Bart. Wir Dragqueens stehen ja eigentlich dafür, dass wir so tun, als ob wir wirklich eins zu eins Frauen nachmachen können. Das mit dem Bart, ist es Neid, wenn die sowas sagen? Mein Konzept, gerade in dieser Community, in der ich mich befinde und von der ich auch ein Kind bin, schreien wir immer alle ganz laut, wenn es darum geht, dass wir akzeptiert werden wollen und dass wir alle doch gleich sind. Und dann verstehe ich nicht, warum man in dieser Welt, in der ich mich bewege, dann auch noch Schubladen brauchen. Und gerade die Welt. Genau. Und deswegen habe ich für mich gesagt, natürlich mache ich Drag, auch wenn ich ein Bart habe. Und natürlich mache ich Drag, auch wenn ich keine Brüste trage. Und danke für den Input, aber es tangiert mich doch nicht sehr. Okay. Das Dorf, wo du herkommst, die waren ja am Anfang, also das Dorf, sehr konservativ, sehr kleines Dorf. Geboren worden irgendwie, geboren bist du, glaube ich, noch woanders. Sie seid dann da irgendwann hingezogen. Aber Österreich, konservativ. Du wahrscheinlich immer schon so ein bisschen der Exot. Und dann ging es aber zum ESC, war auch noch eine Katastrophe und dann hat sie aber gewonnen und jetzt finden dich alle ganz toll, jetzt bist du Ehrenbürgerin. Ja. Kann man sich darüber freuen oder ist das eigentlich verlogen? Also ich nehme diese gespielte Toleranz, die sich viele an unsere Wehrheften auch. Weil wenn sie in der Außenwirkung respektvoll miteinander umgehen, ist es mir nicht so wichtig, was sie hinter verschlossenen Türen sagen. Zudem räume ich jedem das Recht an, sich weiterzuentwickeln. Und ich glaube, dass gerade in dieser Songcontest-Zeit einfach viele, viele Menschen erst verstanden haben, worum es mir geht. Und die wenigstens... Toleranzbotschafterin, das Wort finde ich ja so schön. Ich nicht. Ich ja. Ich finde das ganz toll. Vielen Dank. Das war immer... Das kannst du, kannst du doch auch... Was ich so lustig finde, als du rauskamst als Conchita, musste ich auch so zweimal gucken und fand es ungewöhnlich, dass man sich so schnell an diesen Bart gewöhnt hat. Also das ging so schnell, oder? Am Anfang guckte man doch und mein Auge sagte, das bin ich nicht gewöhnt, Wimpern mit langen Haaren, irgendwie eine Frau, aber dann Vollbart und dann brauchte ich noch einmal und dann hatte ich mich extrem daran gewöhnt. Das ist ganz schön, dass der Mensch doch so umswitchen kann. Das passiert extrem... Also ich merke das auch, wenn ich Menschen zum ersten Mal begegne, die vielleicht auch gar nicht damit rechnen, dass sie mir begegnen, wo ich immer so... Die hat man nicht mehr. Du kommst rein und dann ist das Conchita. Und nach zwei Minuten hat sich das erledigt. Und ich freue mich dann auch, dass viele heterosexuelle Männer mir Heiratsanträge machen. Machen die das? Ja. Gut, sie sind vielleicht ein bisschen betrunken, aber ich finde, das muss man jetzt auch nicht sagen. Du warst in Japan ja auch schon, das fand ich so lustig. Ja. Und die Japaner scheinen ja so das einzige Volk zu sein, denen es total egal ist, ob du Mann eine Frau bist. Sondern die finden das eher normal und stehen doch auf diese Comic... Die haben keine Kids. Wie heißen denn diese? Manga Girls. Manga Girls. Manga Girls. Und sind die Manga Girls nicht auch gar nicht so richtig Mann und nicht so richtig in ihrer Optik? Sind das richtig... Ja, in dieser Manga-Kultur gibt es ganz ganz viele androgyne Wesen. Also auch, da gibt es ja auch viel Zauberei und da passiert es eben, dass dann aus dem Mann eine Frau wird. Nach dem... Ich glaube, bei dir ist das eben der Zauberer, was ich so dachte war, weil es so wenig braucht bei dir, weil du so was... Du bist so da und deine Augen, es ist so ein Wimpernschlag, dann ist man dir verfallen, weil du machst mit deinen Augen und dann... Und das ist alles... Die sind auch die Japaner. Das ist so ein Selbstverständnis. Die sind ja wahnsinnig gemacht, die Japaner. Das ist ja alles Hörnchen drauf und so. Das ist ja schlimm. Was ist das? Hörner und so. Ja, ja. Also ich hatte den Eindruck in Japan, dass die Menschen unfassbar höflich sind. Und nicht, um ehrlich zu sein, ich nicht einordnen konnte, ob das jetzt einfach nur Sitte ist, dass man höflich ist oder ob sie mich wirklich toll finden. Aber ich muss auch sagen, dass mir in keinem anderen Land oder sonst irgendwo so viel Respekt gezollt wurde und die hätten sich wahrscheinlich vorher den Finger abhacken lassen, bevor sie auch nur im Ansatz eher zu mir gesagt hätten. Und was machen die dann? Dann stehen die da und flippen aus und dann sprechen sie Englisch mit denen und du antwortest auf Englisch? Aber ganz viele können gar nicht wirklich Englisch in Japan. Also das war auch... Ist es nur an Himmeln dann wahrscheinlich? Ja. Und auch viele haben geweint, nachdem sie mit mir gesprochen. Ich weiß es nicht, ob das was Gutes war oder nicht. Aber es... Wie wir, ja. Alle standen irgendwie so vor mir und haben dann ihre Tränen verdrückt. Und dann hatte ich immer das Bedürfnis, sie zum Armen, damit konnten sie auch nicht so... Und du sagst von dir selber, aber du hast eine... Wie ist deine Nase? Eine ägyptische Königin? Meine Freunde sagen immer freundlicherweise zu mir, ich sehe aus wie eine persische Königin. Mhm. Weil... Aber die Nase ist doch total normal. Danke. Es ist ein Zinken. Ja, ein Zinken. Wenn einem gar nichts mehr einfällt, gar nichts mehr, wo man sagen könnte... Aber man hat ja immer was zu bemerken. Die Nase ist ja dann immer irgendwie... Muss immer herhalten. Das tut einem so leid. Aber sie redet ja nicht zurück, von daher. Ja, von daher. Aber du hast so Tricks bestimmt, wie man die dann hier dunkler und dunkler... Ja, ja schon. Aber das liegt auch irgendwie an, je nach Lust und Laune, ob man sich... Gibt es andere Beauty-Tipps noch? Also was wir Drag Queens ganz toll finden, was leider wenige Frauen machen und ich finde das so großartig, sind diese Instant Lifting Stripes. Also ich trage die gerade nicht, aber die klebt man sich an die Schläfen. Aki? Wann können wir die besorgen? Hebt das Haupthaar und bindet sich den Faden, der da ranhängt, um den Kopf und zieht somit das Gesicht an. Aber wie sieht das aus? Das hat Sophia Laurene früher immer gemacht, mit Haar. Ach ey? Das kannst du mit Haar machen. Du kannst das auch ganz stramm ziehen, das Haar. Und dann... Ja, das gibt es auch für den Boden sogar. Aber dann sieht das doch schon direkt wieder aus wie eine Fratze im Gesicht, oder? Ja, also vor allem, wenn man da nicht aufpasst, das passiert mir meistens, wenn man dann auf der einen Seite mehr Zug hat, als auf der anderen... Du machst das manchmal? Aber die brauchst du auch gar keinen Zug. Nein, aber manchmal. Manchmal für Fotoshootings sieht das lustig aus. Dann machst du es dann? Nicht immer, aber wenn es zum Look passt. Sag mal, wo geht der hin, der Faden, was? Wo? Wo? Also den klebt man so, also man klebt hier und bindet es hinten zusammen. Und dann frisiert man das Haar darüber. Es ist alles erlaubt. Das ist nicht schön. Kann man gar nicht mehr richtig pfeifen. Ist Pfeifen in deiner Relevanzliste da verhanden? Ganz weit oben. Ja. Bräuchte ich glaube nicht. Wie lange brauchst du morgens im Bad? Kommt drauf an, ob ich einen offiziellen Termin habe oder nicht. Wenn nicht, dann zwei Minuten. Und wenn schon, dann eine Stunde. Und lebst du denn noch als Tom eigentlich? Natürlich. Als Tom neu wird? Natürlich, klar. Also wenn du morgens Frötchen holen gehst, dann... Genau. Als Tom. Als Jogginganzug. Und erkennen die Leute dich? In Wien schon. Ohne alles? Ja, da bin ich einfach auch schon seit 2007 irgendwie flimmer ich durch die Wohnzimmer. Und deswegen kennt man mich aber sonst eigentlich nicht. Ich habe zufällig gerade vor einer Woche gelesen, dass Musik in Menschen ja Orgasmen hervorrufen können. Wieso weiß ich das nicht? Ja, das frage ich mich jetzt auch gerade. Das stand in einer sehr seriösen Tageszeitung. Und das fand ich so toll, weil ich dachte, guck mal, wie bei Conchita damals, als es anfing, dann, also Akkordwechsel und Lautstärkeanhebung und so weiter, sorgen dafür, es gibt so Adele-Songs, haben die wirklich nachgewiesen, das sind dann emotionale Orgasmen. Und bei dir war das wirklich so da, 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 da. Und ich dachte, ja, das meinen sie. Das meinten sie, ne? Ich hätte anders gehabt, dass ich von mir selber so ergriffen bin, dass ich diesen Ton schaffe und wirklich so da, 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 da. Da müsste ich weinen und aufhören. Da muss ich ganz ehrlich sagen, so ein großer Fan bin ich dann von mir selbst nicht. Aber von dem Lied und deiner Stimme. Von dem Lied, ja. Und deiner Stimme. Daran arbeite ich. Alle, die hier sitzen, haben immer ein Problem mit, mit irgendwie. Ja, aber das hatte so was. Aber mit denen, nein, ich verstehe das. Das war wirklich groß. Das war groß. Das war groß. Du bist gekommen und man dachte, ach Gott, die ist ja irre. Und dann alle haben gedacht, ach ja, jetzt kommt die mit Bart und jetzt macht die hier. Und dann kann die nicht. Und dann gibst du natürlich Gas und dann waren die platt. Ich glaube, da hat sogar in Aserbaidschan, haben die gedacht, oh Gott, die ist scheißegal, die wählen wir. Und ich glaube, das ist wirklich, was du gemacht hast. Ich war platt. Das glaube ich ja nicht. Aus den letzten Gebieten, wo normalerweise nur für das Nachbarland waren die begeistert. Ja. Und wo Russland ja auch noch damals sagte, nein. Und das können wir gar nicht akzeptieren, dass die überhaupt da ist. Oh Gott, wie schrecklich. Oder die Türkei, glaube ich, war auch alles sehr schwierig. Aber das Publikum hat dir immer so viele Punkte gegeben, dass du aus diesen Ländern immer nicht mit Null, sondern ich glaube aus Russland sogar auf Platz drei gelandet bist. Ja, also Russland waren fünf Punkte. Das war auch für uns alle so. Ja, da wusste man doch, was da gewinnen muss an diesem Abend. Also ich fand, das war ganz klar, was da gewinnen musste. Das sagen wir alle. Ich habe das, also ich habe das gar nicht. Für mich war das eine riesen Überraschung. Ganz, ganz ehrlich. Ehrlich? Ja. Und das klingt jetzt wahnsinnig wehleidig, aber ich habe meine, seit ich das mache, was ich mache in meiner Karriere, damit verbracht, nicht zu gewinnen. Und ich war gut darin, den Siegern zu applaudieren. Gibt es nicht beim ESC diesen Moment, also was ich mir nicht mehr vorstellen kann, ist auf einer Bühne zu stehen und dann sagen die so nach drei, zwei, eins, alle Kameras an, neunhundert Millionen Menschen auf der ganzen Welt sind jetzt da und jetzt, ich würde mal sagen, enttäusch uns nicht. Conchita. Genau. Also was wirklich auch die, was wirklich toll ist, die Nerven zu haben, das eine ist die Stimme und das Lied und alles, das andere ist ja wirklich die Nerven zu haben. Du weißt auch so, gerade du bist da so gestanden mit so einer Kraft. Ja. Das war schon irgendwie, ich fand das war ein irrer Moment. Ein Wahnsinn. Hast du gemeint? Ja, ich, was sollst du was sagen, ich war so stolz auf dich, das war so. Wir waren alle so stolz. Und ich mochte es besonders, als ich dachte, Mensch, endlich einmal halten die alle zusammen. Einmal zeigen die, dass die wirklich, dass die sich gefangen nehmen und dass die frei sind und dass die wirklich mal einen Künstlerinnen und Künstler wirklich so nehmen, wie er ist. Und als du dann noch, als du es dann hattest und gesagt hast, we are not stopp, dachte ich, jetzt liebe ich dich für ewig. Und das muss dann, das war schon was Großes und da haben viele Leute, glaube ich, viel gelernt an dem Abend. Das war wirklich so. Ja. Und alle waren ja high und ich war drei Tage später in Österreich. Und war high. Und das war wirklich so schön. Ich glaube, du hast für Österreich so viel gemacht. Ich glaube auch. Da war auch so viel Elend zwischendurch. Und du hast alles gerettet. Wollt ihr schon mal Bierdeckelchen ausschreiben? Aber ihr habt wahrscheinlich schon ganz fleißig. Guck mal, der Frank Hermann. Du hast ja zum Beispiel schon Kärtchen geschrieben. Ah, mein Freund. Hast du, wie viel hast du geschrieben? Zwei? Ja, bestimmt was Gescheites. Meinst du, du erkennst die Karten, die Frank geschrieben hat? Ich könnte, also an meiner Schrift auf jeden Fall. Ich würde denken, es ist gescheit. Ich hoffe es. Wir haben ein Lied geübt. Wir haben ein Lied geübt. Und konnten es eigentlich beide nicht. Doch, du konntest es und ich auch. Aber du hast es live noch nie gesungen. Das ist wahr. Wir werden sehen, wie es ist. Es ist so spannend. Und wir hatten so Spaß. Ja. Weil es so toll ist. Ich habe es auf CD gehört. Und da ist es natürlich sehr durchproduziert. Und ich dachte, oh Gott, hoffentlich kriegen wir das irgendwie hin. Wir brauchen unsere Mikrofone. Vielen Dank. Sehr schön. Bist du ein bisschen aufgeregt? Ich bin aufgeregt. So, sitzt die Bluse? Ja. Ina, bitte. Spannend an, Musik zu machen. So, jetzt singe ich aber. Do you remember what your daddy used to tell you? About the so-called nice boys that keep on coming round? He said they'll let you down. At 21, I bet you've seen a little hearty. But when you're 22, it's time to learn from your mistakes. But you don't expect the pain by the time you get to my day. Tell me, where have all the good men gone? Tell me, where have all the good men gone? Tell me, what are taking all the just plain wrong? So wrong. Ladies, ladies, help me sing this song. I wanna know now Tell me Where have all the good men gone They've gone For good Woohoo It's hard to find a man Who's a genuine original And all the guys As he adapts to virtual And digital I spend almost every night Searching every single site And I'm bored Said he was witty But I couldn't love it His jokes He made me pay for dinner While he claimed he was a CEO But he still lives with mom Oh no, 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 no Tell me Where have all the good men gone Tell me Would I take another just plain road So wrong Ladies Ladies Let me sing this song I wanna know now Tell me Where have all the good men gone They've gone For good Woohoo Tell me Where have all the good men Tell me Where have all the good men Tell me Where have all the good men Where have all the good men Go Woohoo 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 We got divorced guys Lonely guys Men will never leave their wives Tell me Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 hast du dir entfernen lassen, gerade genug, damit ich noch aufrecht gehen kann. Pinkelt jetzt Conchita im Stehen oder im Sitzen? Lass mich raten. Ich würde sagen, Tom geht aufs Männerklo, Conchita aufs Frauenklo, Tom im Sitzen und Conchita im Sitzen. So, dann haben wir das auch schon mal gehabt. Es ist mir nicht möglich, auch selbst wenn ich jetzt versuchen würde, ich kann, vertieft mir das nicht. Würdest du, wenn jetzt zum Beispiel, wenn du manchmal alleine bist, geht dann die Stimme auch manchmal so, dass ich runter sage, oh Mann, die sind die Wimper ab und die Wimper ab. Ich sitze schon auch so da. Aber wenn ich diese Stimme machen müsste, dann wäre das anstrengend. Das wäre gar nicht deine Stimme. Also die, die ich jetzt höre, ist deine Stimme. Ist die eigentlich höher als meine? Würdest du sagen? Ich weiß es nicht. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja, aber ich finde, dass eine dunkle Frauenstimme mehr Sexappeal hat. Ich finde, dass zu helle Frauenstimmen einfach unglaublich nervig sind. Deswegen bin ich ein bisschen froh, weil ich so viel sabbel. Wenn das aber hochfrequenzig wäre, dann wäre es, glaube ich, nicht auszuhalten. Dann wären wir jetzt alle schon zu Hause, glaube ich. Ich habe eine Nachbarin in Spanien, die Tochter, die kriegt nie einen Typen. Die hat jetzt einen aus dem Libanon, aber die Stimme hältst du nicht aus. Stimmt's? Frank-Sandra. Frank-Sandra. Aber das schaffst du nicht. Das ist Feierabend. Da haut jeder ab, selbst die Hunde rennen. Das ist ganz schlimm. Aber ich habe das jetzt, habe ich gerade wieder gelesen. Aber es gab wieder Umfragen, wo festgestellt wurde, dass zum Beispiel bei Männern die Stimme von Heidi Klum als eigentlich angenehm empfunden wird. Und das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Das kann ja nicht angenehm sein. Du hast sie zu Hause. Das kann man doch nicht aushalten. Wie wirklich. Aber wurde in der Umfrage als Eiernehm empfunden. Okay. Auf jeden Fall habe ich eine tiefere Stimme als Conchita. Das finde ich, da halten wir auch mal fest heute Abend. Singst du in der Badewanne? Ja. Und? Ja, laut. Immer. Schön. Ständig. Also jeden Morgen auch in der Dusche. Da hat sich aber hier ein Versuch. Da hat sich schon noch nie was gemeint. Kannst du dir ein Leben mit Guido vorstellen? Wir kennen uns zu wenig. Wir kennen uns zu wenig. Warum eigentlich? Ich weiß nicht, wir haben nie, ich habe immer nur gehört, mit Leuten, mit denen du gearbeitet hast, und die haben gesagt, das ist ein ganz netter und mit dem kann man ganz schön arbeiten. Das habe ich oft gehört, die Leute haben mir das erzählt. Aber nie getroffen. Nein. Ist du lieber Filet oder Currywurst? Alles. Oh. Mit wem würdest du gern ein Duett singen? Scheer. Hast du ein künstlerisches Vorbild? Ja, ich bin aufgewachsen Shirley Bessie zu hören. Ah, die habe ich mal kennengelernt. In Monaco. Die lebt ja auch dort. Ja, ja, ja. Die ist irgendwie speziell. Wie alt ist sie denn heute? Ich fand, das kann man nicht mehr schätzen. Irgendwie unter 100, aber über 80 fand ich. Ich ging sowas. Also, die war aber sehr so... Aber ich habe mein Interview gesehen, was ich bei dir liebe, ist, die hat eine sehr, sehr scharfe Zunge. Ja, die ist natürlich... Die kriegt man im Alter, glaube ich. Das finde ich toll. Das finde ich toll. Ich habe schon vor Ort erzählt von ihrer ersten Ehe. Aber die Stimme, extrem gut. Hat die nicht auch irgendeinen, glaube ich mal, die hat auch viel erlebt in der Jugend. Aber die ist heiß und die Stimme auch. Du sagst, hat die nicht auch einen Mann erschossen? Du guckst Frank an dabei? Ich mag ihm alles weiß, wer was gemacht hat. Also, ich dachte, weil Frank auch irgendjemanden erschossen hat. Der hört sich, glaube ich, mal erzählen. Ich dachte den ganzen Abend, das ist eine Mörderin. Das stimmt, glaube ich. Aber es ist alles Gossip. Besitzt du ein Selfiestick? Nein. Eine Selfiestange ist das, ne? Nein, ich habe mal einen Freund dabei assistiert, als er vor versammeltem Badestrand auf Mykonos in seiner Mini-Schlüpper-Badehose, die einen großen Katzenkopf auf seinem Gemächt trug, mit seinem Selfiestick assistiert, weil er es nicht geschafft hatte. Und ich dachte mir, das sieht so erbärmlich aus. Alle Jungs gucken dich an und du drehst dich hier im Kreis damit. Gib mir dein Handy, ich mache ein Foto. Deswegen, nein, keine Selfiesticks. Aber die Fans, wie sind die mit dir? Die wollen schon alle immer ein Selfie. Ja, aber da brauchen wir selten einen Stick. Das macht man dann. Das ist klar, braucht man dann selten. Ja. Ach Leute, ich glaube, dass ich wieder ganz viel über euch erfahren habe. Ich freue mich so, wir kennen uns ja eh schon lange. Irgendwann machen wir das mit der Mode. Sehr gerne. Und das mit dem Duett solltest du dir überlegen, ob du es nicht doch mit mir machen willst. Aber jetzt scheiß doch auf Cher. Ja, scheiß auf Cher, muss man jetzt auch mal sagen. Ich würde jetzt sagen, wir hören eine Sängerin, du bist zum zweiten Mal da, du zum ersten Mal, aber sie ist zum dritten Mal da. Warum? Ich kann es nicht lassen, weil ich so Fan bin. Und sie hat jetzt ein neues Album gemacht und das ist auch noch wieder so toll. Und ich könnte mich übergeben, dass immer alle so toll sind. Vor Glück. Und zwar vor Glück könnte ich. Können kotzen, vor Glück. Was ist denn die Käthe? Juhu. 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 Alle wir die Eile, momentan sind wir am Bang-Bang. Momentan wissen wir einfach alles, momentan steht uns gut. Ich sag, in allem, in dem wir nicht frei sind, sind wir dumm. Ich küsse deine Hand und ich, und ich dreh mich um. Wenn wir uns sehen, wenn wir die komplette Sprache fehlen, kann nur das Halberweg noch zählen oder Halleluja schreien. Ich brauch keine großen Worte, um mich blind zu verstehen. Und von hier bis ans Ende, bis ans Ende der Welt zu gehen. Halleluja schreien, ich will Halleluja schreien. Aye, halleluja. Aye. Halleluja. Aye. Momentan ist ein runder Planet, momentan hat man Chance für die. Und du hast alles, was du brauchst, mich, mich hast du auch. Momentan ist mir wichtig, sorry, wenn ich kurz mal näher. Ich find, wir sind die ganzen Wahnsinn mehr. Wenn wir uns sehen, wenn wir die komplette Sprache fehlen, kann nur das Halberweg noch zählen oder Halleluja schreien. Ich brauch keine großen Worte, um mich blind zu verstehen, bis ans Ende der Welt zu gehen. Wenn wir uns sehen, wenn wir die komplette Sprache fehlen, kann nur das Halberweg noch zählen oder Halleluja schreien. Halleluja schreien. Halleluja schreien. Aye. Halleluja. Aye. Halleluja. Aye. Halleluja. Aye. 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 Kete. Eure Glaube gern. Es war Kete. Und es war Dino-Maria-Schreismann. Juhu. Und das war ihr einziges Konzitter. Ruh. Ich mach jetzt einfach den Anang. Mein Publikum, meine Chattis, meine Band. Fehler haben wir sie sehen. Tschüss. Tschüss. Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss. Tige, tige, tige.